Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzliche Willkommen zurück zu Let's Play Borderlands 1 und ich habe etwas gewonnen, eine Lootkiste, hallo. Genau, und der Zero hat gleich gesagt, komm mal her und ja, tut mir leid, letztes Mal, beziehungsweise gestern nur eine halbe Folge bei mir, ja, hat nicht so ganz hingehauen, ich hoffe, ihr habt dann trotzdem beim Zero die Folge gucken können. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ihr es gesehen habt, ich habe jetzt halt umgeswitcht hier auf diese Assault Rifle in lila mit 147x2, weil ich wollte ja so ein bisschen von dem, ähm, Elementarschaden weggehen und ich sehe gerade, ich habe schon wieder alle, oder, ne, die habe ich gerade alle gefunden, ähm, hat ja letzte Folge bei mir einiges nicht hingehauen, aber heute, denke ich mal, sollte das wieder alles wunderbar klappen. So, mach doch mal die Lootkiste auf, Zero. Gucken wir mal, was da drin ist. Oh, Alter. Die Sniper ist nicht schlecht, beide Sniper. Ähm, ich würde gerne die 396er nehmen. Dann nehme ich die andere. Okay. Wobei, du kannst mal, warte mal, du kannst natürlich auch mal gucken, ob die, die Sniper was für dich ist, das ist meine alte. Natürlich nice, ne? Aber Genauigkeit. Habe ich kritisch einen Trefferschaden? Ja, weil, äh, wie gesagt, ich gehe ja jetzt ein bisschen von dem, ähm, von dem Elementarschaden weg und da ist die Sniper für mich natürlich um einiges geiler. Gut, habe ich genommen. Sehr schön. Gut, wir brauchen noch einen Claptrap, Leute. Alter, und das ist die Sniper. Hohohoho. Echt? Ja, das war die Sniper. Naja. So, dann kann ich jetzt die ganzen Schilde noch blocken lassen. Wir gucken mal, dass wir irgendwie noch ein Claptrap zusammen bekommen. Du bist kein Claptrap. Aber jetzt mache ich auch mal ordentlich Schaden, definitiv. Ja, wird besser, ne? Ja, es wird definitiv... Oh, ein neues Schild habe ich. Zwar ein weiß, aber macht... ...mehr Schaden als meins. Ich höre Claptrap, ach so, das ist nur die Stimme. Oh, ich kriege den nicht down, den Typen hier. Danke dir. Ja, ihr gut lieben. Warte, da liegen auch noch Waffen. Ich liege auch noch überall Waffen verstreut. Das ist krass, ne? Ja, Frage ist, wo kriegen wir jetzt den Claptrap her? Müssen wir jetzt warten, bis wir respawnen, oder...? Das finde ich schon ein bisschen frech, dass einer fehlt. Ja, ne? Oh, hier ein bisschen rum. Vielleicht finde ich einen. Teilen uns am besten auf dafür. Ja, ich gehe mal hier so ein bisschen weiter links lang. Dann könnte ich ja mal meine Sniper ausprobieren jetzt. Alter, die macht Schaden. 2400 Schaden. Mit einem Schuss. Krank. Die Leute hören sich zwar mit Claptraps ein bisschen an, das sind aber keine Ja, irgendwie sind das aber so eine Art Claptrap, irgendwie weiß ich auch nicht Also diese etwas größeren, die sehen fast so aus wie Claptrap Und das sind ja auch Bandit-Trap-Mörder oder sowas Also jedenfalls der da oben Unmodifiziert, weißt du? Da hab ich auch das gleiche Teil zusammengebaut Irgendwie so, ja Aber Claptrap Das sah auf jeden Fall geil aus bei mir, ganz ehrlich Da bin ich einfach rüber geflogen Oh nein, oh nein, oh nein Kommst du nicht zu mir? Äh, ich versuch's gerade, aber das ist, ey, schon ein richtiges Ja, danke Gerade so So eine fliegende Kanone, glaube ich Drei Schuss ist so ein Typ weg Die Sniper ist krank, die Sniper ist echt krank Boah, geil Also über das Sniper freue ich mich extrem Das ist schon mal ein Anfang, in Richtung Schaden, ne? Das auf jeden Fall Naja, die Sault macht ja auch richtig gut Schaden Vielleicht, wenn ich damit ja jetzt länger spiele und da auch diesen Level abkriege sozusagen In der Waffenfähigkeit Mach ich ja auch nochmal um einiges mehr Schaden dann Das kommt dann ja nochmal oben drauf Ja, das stimmt Ja, wir müssen tatsächlich warten, bis die respawnen Gibt's doch gar nicht Crazy Wer macht denn sowas? Wer stellt hier ne Quest, wo man nicht alles finden kann? Wo einem so ein Fusselding fehlt? Das ist echt mies Das sind nur diese Mikrofone, die stören mich voll Ich denke mal, jedes Mal ist ein Clapshot in der Nähe Das habe ich auch gerade gedacht, aber ich glaube Ne, da oben ist einfach nur einer Ich fühle mich gerade ein bisschen verarscht Wer hätte mal eine längere Pause machen sollen zwischen der Folge Hättest mal neu starten sollen, wie ich gesagt habe Also da oben ist so ein Hardcore-Typi, muss ich ganz ehrlich sagen Ich glaube, ich möchte ihn haben Und dann wissen, ob da oben vielleicht irgendwie eine Kiste ist oder so Die Frage ist nur, wie kommt man da oben rauf? Da war ich schon drauf Da waren wir beide schon drauf Sicher, dass wir hier oben schon beide drauf waren? Er hat ne Panzerfaust Ja Die im Kreis geht und ich gehe nämlich vorbei Ja, weil ich weiß nicht Die würde ich gerne haben Was ist los? Hast du wieder Gegner gefunden? Danke Ich habe die Bazooka bekommen Ja Alter, 383 mal 3 Oh, 900, ne? Über 900 Das ist über 1000 Und tatsächlich ist jetzt das erste Mal meine Meine Dingens weg Meine Hunderttausender Bazooka Möschst du dich vielleicht haben Und es ist tatsächlich die, die er benutzt hat hier Mit dem Dreier Hast du gesehen? Ja Aber wie er immer drauf gezählt hat, hat er mich verfehlt Obwohl ich stehen geblieben bin Hier, guck mal Das ist wie echt so ein Ring Und ich stand in der Mitte Und er hat dann irgendwann mit zwei geschossen Da hast du einen Luft gestellt Total cool Hä, wo? Hoch Oh, da oben, ne? Was? Ach, ja, die meine ich auf jeden Fall Okay Aber da kommen wir gar nicht rauf Ja Bitte mein Weg Verdammt Wo ist jetzt die Lootkiste hier? Oder? Doch, ich bin drauf Cool Ach, hab sie gefunden So, eine SMG sehe ich hier direkt mal Hier ist eine Bazooka drin 594 mal 4 Nein, also mal 4 Blitzschaden Entschuldigung Achso Mal 4 Blitzschaden Alter Ja, schon Einfach mal, um da mit zu schießen Wo bist du denn? Da? Okay Das auf jeden Fall, ja Aber hat halt auch nur zwei Schuss Die werde ich mal wieder tauschen Wo ist denn jetzt die, die ich gefunden hatte? Das war die hier Mal gucken, ob die Claptraps wieder da sind Ja, ich bin ja hier in der Nähe Leider nicht Oh nein Oh nein Oh nein Ich glaube, jetzt bin ich gefangen Ich? Oh, ich hab noch eine Lootkiste gefunden Ah, dann muss es ein positives Vier Pistolen Ja, das kommt sie auch vor 171 Oh, da kommen die Claptraps raus Ja Ich glaube, das ist nicht so unbedingt was Claptraps, komm raus Hast du diese Viecher, ne? Die explodieren beim Sterben Und hier ist kein Gegner in der Nähe Ich dreh durch Ich renne, ich renne Aber ich glaube, das schaffe ich nicht Da kommt ein Claptrap auf mich zu Die Rettung Danke, Kleiner Nein, nein, nein Nein, nein, nein Hast du ihn denn da gemacht? Nee, hab ich nicht Der ist davon explodiert, aber ich hab ihn nicht bekommen deswegen Aber bleibt gleich hinten 149.000 Bleibt gleich hinten, ihr habt das letzte Teil Ich bin nicht hinten, ich bin vorne Achso Komm, die geben nochmal Loot Nein Hier ist keiner Ja, doch ich Schieß mich ab, töte mich So Oh, ich bin voll aus und enttötig Okay Diese kleine Penner Ich weiß nicht, was da immer explodiert ist Jetzt kann ich, wie viel Loot die geben Oh, ich bin komplett voll Äh, eine blaue Rifle mit 104 Schaden Habe ich hier Ah, Moment, eine blaue mit was, wie viel 104 Oh Rückschussverrigerung, Feuerrate, Magazingröße Ah, nee Ich bin einfach komplett voll Oh, du bist schon voll Krass Ja Na gut, ich geh zurück Trinkt nichts bei den Leuten, die Viecher zu töten und nicht überladen werden Kannst du gerne noch ein bisschen wetzeln? Ich verkauf meine Sachen und dann aktiviere ich den Teleporter Ja, ich würde aber auch gerne Sachen verkaufen Kannst du da immer noch Wenn du vielleicht mal eine ordentliche Waffe findest Ich komm zurück Ich komm zurück Ich werde jetzt auf jeden Fall mal meine Rifle und so auch verkaufen Ist mir jetzt egal Weil, äh, ich glaube dann doch die Waffen mit dem Nur Schaden in Anführungszeichen Sind für mich dann doch besser Das heißt, ich muss tatsächlich wirklich nur auf den Schaden achten Ja Späte Erkenntnis Sehr spät, sehr spät So Eine Rifle, 70 Schaden mal zwei Feuer Am Orange Wow, 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 wow Alter, gib das Geld Da hab ich meinen Tod auf jeden Fall locker wieder raus Eigentlich muss ich mir aber irgendwas gönnen So Das war's jetzt auch mit dem Hunderttausender Äh Raketenwerfer Er ist jetzt auch weg Gerade verkauft So, was gibt's denn hier? Äh, 70, naja Nicht so toll Was haben wir denn hier noch? Oh, du hast hier irgendwas gekauft gerade? Ja, ich hab mir die Panzerfaust gekauft für Schilde Für große Schilde Oh, okay Oh Na hallihallo Ein Revolver mit 420 Schaden Das ist doch was für dich Würde sagen, den nehm ich mal mit Das ist ein Billigpreis hier Äh Möchtest du dir meine Pistole mal angucken? Ja, klar Hier Ja, nice, nehm ich Ist ein Bright Ich gucke gerade nochmal bei den Class-Mods Ähm Mörderstrahlung Möchtestrahlung Möchtestrahlung Ah Nee, ich lass es Äh, was ist das? Sirene Okay, alles klar Ich bin dann soweit Ja gut Dann gehen wir rüber So Genau Ja, dann können wir ja die Quest abgeben Und dann müssen wir ja noch zu diesem einen Typen hingehen Äh Ja, insofern sie uns keine dritte Quest gibt Das ist hier die Frage Oh ja, das stimmt Das stimmt, das stimmt Da gebe ich dir recht Ich vergeude mein Talent auf diesem Drecksplaneten Ja, bei etwas So, ich kriege ein Schild Erzeugt Kleine Feuerwalze werden aufgebraucht Naja, gut Ah ja Jetzt nicht so der Größteil Müll Größtenteils Besorge noch weitere Claptrap-Komponenten Boah 75 Alter, das gibt's doch nicht Es ist mit der nicht in Ordnung Gott Ich habe irgendwie das Gefühl Äh, dass Doch die hier Die schlechteste Die es hier ist Das ist auf jeden Fall Ähm Sehr abwechslungsreich Muss man dazu sagen Ja, total Total Ich glaube, jetzt müssen wir die Großen platt machen Ne, glaube ich gar nicht mal Ich glaube, es sind immer noch die Kleinen Und jetzt stell dir mal vor, dass wir wieder darauf warten müssen Die sind hier verteilt Oh mein Gott Ich habe hier gerade eine auf dem Boden gefunden Das kann aber auch sein, weil ich da gerade welche gekillt habe Achso Hey, wir müssen jetzt die Großen töten Oder alles, alles, was kommt Das kann auch sehr gut möglich sein, ja Bei 75, da müssten wir zwei Wellen abwarten Von Trap-Traps Das wäre übel Das wäre richtig übel Guck mal, aber da hinten Da hinten liegen noch ganz viele Ja Aber die Kleinen verlieren ja gerne Waffen Deswegen fange ich mit denen ab Jo Würde ich auch sagen Ich werde jetzt auch erstmal anfangen Gleich einzusammeln Und später dann immer zu gucken Hier liegen die echt überall noch Ja klar Haben wir dann halt nicht aufgehoben, ne Weil brauchen wir ja nicht mehr Ja Was zum Wie bitte was Wo ist er? Wo? Was war das? Achso, du bist noch wieder da Gut Was ist denn da passiert? Das war ne Schrote Echt? Ne blaue Schrote hat der gehabt Mit 84 mal 3 mal 4 Blitzschaden Habe ich gerade aufgehoben Kannst du gerne später haben? Ne, ne Ich bin von der Schrote weggegangen Ich habe jetzt hier den Panzerfaust Ah, okay Damit ich halt die Schilder wegmachen kann Von übelsten Gegnern Oh, das gibt's doch gar nicht So Genau Machen aber auch einen Schaden Die kleinen Viecher Einzelne nicht, aber Ach, du bist das gewesen Der explodiert ist Es gibt ein explodierende Cap Trap Wie heißt denn der? Weiß ich nicht Okay Der rennt auf jeden Fall auf dich zu Das kann ich dir sagen Master Samurai So Ich komme wieder zu dir Nachdem ich gelootet habe Nein, ein Master Samurai Füße dich Du musst hier alles verlieren Das ist echt der Wahnsinn Das ist echt krass, ja Ich bin gerade wieder beim Überlegen Ob ich eine andere Waffe nehme Ob ich anstatt die Pistole Vielleicht die Schrote nehme Okay Dass ich sozusagen mit der SMG So ein bisschen auf Fernkampf gehe Und mit der Schrote auf Nahkampf Also Wobei Naja Die SMG ist halt nicht so derbe Fernkampf Nicht wirklich Naja Okay Tja 31 haben wir Versuchen wir es mal bei den Großen Weißt du schon wieder 31? Das ist das Mobbing Oder hatten wir bei 40 das letzte Mal? Ne 41 hatten wir Achso Also wir hatten ja schon ein paar getötet Vielleicht lag es da ran Na gut Gucken wir mal bei den Großen Die auch nicht mehr leben Ja Wir haben natürlich alles umgebracht Weil wir auf die Kleinen gewartet haben Ja Das war vielleicht sogar ein Fehler Naja Um es halt mehr tun zu haben Die Läden haben ein neues Inventar Yeah Nein die verlieren keine Die verlieren keine Komponenten Es sind nur die kleinen Klepptraps Die Komponenten verlieren Ich würde sagen Wir gehen einfach mal zu dem Heini Und dann kommen wir nochmal zurück Das können wir auch machen Ich bin hier nur gerade ein bisschen In Bredouille Du machst das schon Was ist das hier? Achso das ist der Rückweg So Im Laden ist nichts Gutes Oh ich kann meine Sache bekommen Alter dieses DLC macht einen reich Ich bin getroffen Nein Oh Zero Da lag eine Waffe Die ich wollte ich noch mitnehmen Ich will nur kein Zurück gehen Wenn du willst Ah nee Muss ich zu weit laufen So Wir brauchen Schnellreisepunkte Ich aktiviere mal die Quest Verweise dich Ne gar nicht Das war falsch Neuer Kontakt Genau Dann brauchen wir noch so eine Schnellreisestation Und dann ist alles gut Wo laufe ich hin? Bin verwirrt Ähm Was ist gut? Ja ganz unten war ich schon Da ist nichts Tolles Aber Ach da Ach das ist die Stadt Ja Wo kommen wir sogar hin? Äh wo Wie kommt man da hin? Ne runterspringen im Turm Ach im Turm runter? Ach da ist eine Tür Und wir kriegen bei Schwarzen Brett Eine Mission Bar vs. Spa Hyperion Touristen Informationstafel Aha Unterbricht die Stromversorgene Pip in Spa Interessant Okay wir sind in zwei Läden Habe ich gesehen Ähm Zero Dreh dich mal bitte um kurz Komm mal her Wir sollten uns in dieser Stadt Ganz dolle umsehen Komm mal rein Das ist eine Lootkiste ne? Ja Weil das Müll Ja Wobei die Schrote macht halt 56 mal 12 Das sind über 500 Schaden Nö mit? Wolltest du doch eh machen Ah ne Glaube nicht Mal gucken Bin mir noch nicht so ganz sicher In den Laden oder gucken Ob da beim Laden was anderes drin ist vielleicht Oh ja genau Gehen wir mal in den Laden Hey ich habe einen Job für dich Komm in meinen Laden Ah sieh an Unsere lieben Unternehmensplünderer Mr. Blake Okay Das war eine kurze Vorstellungsrunde Neuer Kontakt Lootkiste Operation Trap 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 Stelle die Stromversorgung wieder her Um die Brücken runterzufahren Okay Alter ganz ehrlich Den Zungenbrecher hast du echt gut gemacht Oh ja und der Trap Trap ist nicht mehr unser Freund Ein Zeichen für einen guten Let's Player Ja das war wahrscheinlich mein Glück Normalerweise kann ich sowas gar nicht Wo sind denn die ganzen Läden sag mal Muss auf der Karte gucken Ich bin da Ich seh da bisher einen Laden Ja gut den hatte ich Ah hier 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 Ja hier ist Markus Laden Ja den kennen wir doch schon Ein wundervoller Tag auf Pandora Nun abgesehen von der mechanischen Katastrophe Markus Gut ich würde sagen wir gucken uns nochmal in den Läden um Und dann verabschieden wir uns Oh eine Für Nahkampf 67 mal 7 Boah Nicht der Hammer Was er jetzt mal bieten hat Ne nicht wirklich Ich verkaufe gerade nochmal ein paar Sachen So was hat er hier Langbogengranaten Okay Na gut also er hat hier nicht Wirklich extrem gute Sachen Und ja Wo bist du gerade? Ich Ich schaue noch Die Kisten Ja ich habe ja schon zwei gefunden Zwei Ich dachte eine Ne zwei Hier unten war noch eine Unter der Unter der Treppe Ne da oben sind keine Dann würde ich sagen Dann würde ich sagen Beenden wir erstmal die Folge Machen morgen dann weiter Und schauen mal uns in der Stadt So ein bisschen da Lootkisten um oder? Ja würde ich sagen Also ich denke mal es wird mehr als zwei geben Das denke ich auch Auf jeden Fall sogar Ja gut dann sehen wir uns Morgen zu einer frischen Neuen Folge wieder Haut rein Tschüss Tschüss Tschüss